Ola, ole, ole, ola. So, jetzt bin ich endlich 85 und zwar will ich jetzt hier ein bisschen was vom Winterhauch... Ach, Hinterhauch... Winterhauchfest machen. Wartet mal, da muss ich hier mal hier die Schatten hochladen. Dann machen wir mal Mimoo, Saison, mal hier oder mal hier. Das ist hier am dünnsten. Naja, ist egal. So, was haben wir jetzt hier noch schönes? Wollen wir mal schauen, was noch schönes haben. Für den Quest hier. Ach hier, was hält denn der? Leckereien. Wollen eure Klinge niemals stumpf sein? Na, ich hoffe sie auch nicht. Was ist das denn hier? Achso, das habe ich gerade angeguckt. Okay, aber blaues. Was ist denn das blaue? Ach, hier vorne, der da. Oh, ich habe ein Geschäft für euch! Oh, das ist aber schön! Wenn du ein Geschäft für mich hast. Grüner D. Sowas Gemeines. Such eine leckereienbefreit Metzger in dir. Äh, wut, vor Gebirge des Hügelands. Ja, das brauchen wir jetzt mal. Erst einmal. So, was haben wir jetzt hier? Was haben wir jetzt hier oben das? Da fliegen wir mal hin. Achso, Moment, ich darf fünf Lebkuchen noch herstellen. Ähm. Ich muss noch fünf Lebkuchen herstellen. Ich muss mal schauen, wo das Rezept ist hier. Also rein theoretisch habe ich das Rezept. Lebkuchen. Und was will der denn noch haben? Also, Milch haben wir schon, Lebkuchen. Also ein kleines Ei und Festdorfsgewürze. Habe ich das nicht noch in Sturmel gehabt? Moment, ich muss mal schauen. Kleines Ei und Festdorfsgewürze. Was erzählt man sich auf der Straße? Ach, das weiß ich selber nicht so genau. Wie man sich auf der Straße erzählt. So, da gibt es schon mal nichts hier für mich. Ach, schau dir mal. Festdorfsgewürze. Kleines Ei. Wunderbar. Ich wusste doch, dass ich das habe. So, können wir das eigentlich gleich mal kochen hier, wa? Fünf Stück wollen sie haben, jawoll. Dann machen wir das nochmal. Lebkuchen hier. So. Fünf Stück bitte. Weine Güte. Ich stehe doch hier vor. Hab dich nicht so, ey. Hab dich nicht so. 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 Benötigt Kochstelle. Na meine Güte, hier ist doch ein Feuer vor der Füße. Hä? Ja, willst du mich verarschen? Hm. Ah, dann mach ich halt die Hausen ein Feuerle. So, wenn der mein Feuer nicht, das andere Feuer nicht haben will. So. Zack. Aber jetzt. Komisch. Früher ging es daran mit dem Feuer. Ach, da hat ein Ballon. Schön. So, voilà. Prima. Können wir das gleiche abgeben mal. Ach, das aber schön ist. Den Wiesn der Exilie. Da schauen wir gleich mal nach. Betrachten. Das sind Talente. Dämatologie. Zerstörung. Aaaah. Na, so in etwa. Das ist bei mir auch. So. Raus damit. Ach nee, ich hab das ganz anders gesügt. Kraft. Oh. Oh. Seid sicher. Milch hab ich doch auch schon. Wo ist denn die Milch? Da hab ich gar keine Milch. Na, Blödsinn irgendwie. Blödsinn hier. So. Moment Leute. Wir haben's gleich. Ich geh nochmal in dieses Haus hinein. So. Was soll das machen? 85. Nur unnützes Zeug, ey. Nee. Nee, das passt schon. Wie geht's heut? Ey, ganz gut. Oh, leider. Milch. Jo, schau mal. Ich hätte gerne eine Milch gehabt. Boah, wo ist denn jetzt die Milch? Nein, jetzt nimm ich halt die 4. Damit ist mir jetzt auch egal. So. Bisschen schneller auch mir noch geil von Hexenmeister. Ja, aber sowas gibt's leider nicht, ne? Leider nicht. So, am 20. könnt ihr ja wieder eure Geschenke abholen. Na, jetzt geht's, siste. Juhu. Wo ist es denn? Wollen wir mal was drinne ist? Opferien. 4 Leinenstoffballen. Naja, immerhin. So, da fliegen wir mal noch zu dem anderen Teil, wo wir hinwollten. Das ist jetzt hier hinten. Jawohl. Geben wir das gleich mal ab. Das Quest hier. So. Winterhauchfest. Am 24. können wir Geschenke abholen. Hast du das gesagt? Da muss ich jetzt gar nicht mehr auf dem Stichok gesagt haben. Ist das hier unten oder hier oben? Ah, hier unten wahrscheinlich. Juhu. So, da wollen wir mal schauen. Mögen euch die Winde leiten. Ich weiß nicht. Ihr könnt gern das Buch des Winterhauchfestes lesen. Und mehr über diesen erfahrenes Buch ist in Donnerfels. Na, das machen wir nicht. So, ne schön. Da haben wir das mit dem Winterhauchfest schon mal so gut wie erledigt. Dann, äh, wollte ich jetzt eigentlich mal schnell hier hinaufhuschen. Und ich möchte aber erst mal ein bisschen orientieren. Ach, hier hinten. Mein Wasserfall. Ich wollte doch mal zu den... ...schlöserend... ...Uldum... ...hier in dem... ...hier will ich mal her... ...flattern. Genau. Da war ich wirklich noch gar nicht gewesen. Mhm. Tulparader, wie das heißt, ne? Ach, so. Ich hab' einen Berg zwischendrin. Ach ja. So, Azoich, sag' ich euch euch. Schnee ist ja auch endlich mal da, aber da ist man sich noch nicht so sicher, ob er... ...über Weihnachten liegen bleibt. Da müssen wir uns überraschen lassen, ne? Aber ich brauch den Schnee nicht so. Ah, hier gibt's ja auch viele Quests hier, ne? Was sind wir denn? Ach so. Tulparad. Genau. Müssen wir es eigentlich hier noch erkunden, ne? Weil das ist ein bisschen... Hier hinten ist irgend so Erz. Das können wir eigentlich nicht gleich mal mitnehmen. Wenn's denn keiner handelt, nehm' ich's doch mit. Ja, hier gibt's auch viele schöne Quests, muss man sagen. Kann man sich ausdumm... Auch, ich wusste gar nicht, dass man hier... Ach, ich wollte schon sagen. Da kann man nämlich nicht fliegen. So, dann wär' ich hier mal... ...die kann die Quests annehmen und die können wir ja bei Gelegenheit... ...nochmal machen. Blut und Donner. Jawoll. Blut und Donner. Was ist das mit dem hier? Er ringt einen Sieg in Tulparad. Wissen die ja. 5410. Das dauert doch noch ein bisschen, ne? Aber okay, wir können ja alles schon mal annehmen. Was ist denn? Jetzt gibt's hier überhaupt ein schönes. Ah. Kann man dann die Hunde eintauschen, die man hier bei den jeweiligen Quests bekommt. So, hier ist noch eins. Meine Güte, jetzt kannst du aber auch... Dich... ...ausdoben. Sieh jetzt in Ehe. Jawoll. So, gut. Da hätten wir eigentlich gedacht, dass das Winterhaftfest bisschen anders ist. Ja, aber egal. Wir haben halt ein bisschen Winterhaftfest getan. Getan, getut. Na ja, komm, da kann man ja hier... ...sechs Grabsteine der Vergessenen oder irgend so was. Ähm. Oder Soldaten. Wartet, lasst mich mal noch eben schnell was schauen. Ah, der hat schon auf... ...und das ist wie Licht. Ist das neu? Ist das neu, oder? Aha. Aha. Schade. Brunnen in der Ewigkeit ist doch neu, wa? Ja, also das sagt meist mich gar nichts hier. Ah, da muss ich mir erst bessere Sachen zulegen. Hm, na ja, gut, okay. Was soll da geil sein? Achso, ich kann nicht fliegen. Ich vergesse das immer wieder. So, die wollen wir auch killen hier unten. Nee, die wollen wir nicht killen. Wir wollen hier rauf. Was ist denn das? Ah, das ist was für die... Ach, guck doch mal hin. Hier gibt es die kleinen Dierschen für den Jäger. Hm, hm. Voila. Die wollen wir hier... Ach nee, die Steine hier. Ah, wo sind sie denn? Ah, hier. Machen wir erst mal den Ollen nieder hier. Ja, da könnte ich immer näher. Ich mach so ein Zweck hier angelegt in mir. Ach, halt, das brauche ich doch gar nicht, so. So, ich hab hier noch so ein Teil. Wo ist denn das jetzt neu? Mal gucken, was passiert. Was macht's denn da? Ach, regelmäßig Schatten. Äh, nee, nicht Schatten. So, Schatten oder sowas. Jedenfalls blinkt ich ganz grün. Ich komm mal wieder ein bisschen... Na wie, jetzt ist man bei meinem Begleiter am Arsch oder was? Wie gibt's denn das? Na, das ist aber auch, hä? Unmöglich hier. Ich hab gar nicht aufgepasst jetzt hier. 51 Minuten. So, also hier solche Steine muss ich mitnehmen. Sechs Stück. Ja wunderbar. Können wir hier mal einen mitnehmen. Ah, was ist denn jetzt hier? Meine Güte, weißt du, ich geb mir hier Mühe. Rette diesen Stein. Was krieg ich als Belohnung? Einen ollen Erbostengeist. Und jetzt kommt noch ein Oller Erbosten. Ne, das ist diesmal ein Vergessener Ghoul. Mhm, mhm, mhm. Na, irgendwie halten wir zwei hier auch nicht so richtig durch, hä? Naja, Ollergeist. Ich müsste aber meinen Diener nicht heilen. Naja, jedenfalls bin ich jetzt endlich mal 85 geworden. Aber ich bin doch mal ein Hexenmeister machen würde, dürfte machen wir. Also das ist echt schwer, muss ich so mit dem zu kämpfen. Vielleicht muss ich eine Arme umsilben. Mensch, ist der alte Dach aber doch gestorben, ey. Klebst das denn? Aber egal. Jetzt geh halt auf, die Olle ist fiesch hier. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ha. Nächste Scheiß. Also hier muss man, braucht man viel Nerven, du. Echt, du. Viele Nerven. Ach nee, das muss ich auch noch mitnehmen. So. Fein, fein, fein. Jo, einmal frei. Haben wir das hier erledigt. Und ich bis mal vorbei, huschle schnell. Die Quests mache ich bei Gelegenheit. Da müsst ihr ja nicht mit zuschauen. Ach so, ich kann nicht fliegen. Ich vergesse das immer wieder. Dass ich nicht fliegen kann. Nacht aber nix. Klima. Huh. Na, gehst du hier rin. Bum, 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 bum. Der da hinten ist es. Der da hinten, da will ich jetzt hin. Ich suche eigentlich nicht immer raus. Immer suche ich nicht was. So, hab ich ja immer noch ein paar Festdachsgewürze. Das können wir mal aufheben. Aktiviert, um noch Schrott zu suchen. Schrott Sammler, wow. Ein Schrott Sammler ist ja auch was wert. So, prima, einwandfrei. Hier muss ich zurück rutscheln. Dann machen wir das halt. Ach ja. Man ist halt immer müde. Es ist immer so zeitig dunkel wird. Oh, ey. Das ist ein Mist. So, Moment. Jetzt muss ich einen Moment warten. Da trinke ich jeweils einen Schluck. Ach, das Bruder war lang, ne? Mit dem Laden meine ich. Ah, jetzt tötze ich glaube ich gleich was. Gleibisch zumindest. Nun, oder auch nicht, ne? Ach, jetzt der Wahnsinn. Was ist denn hier vorne verquestet schon wieder ein Mensch? Sprech mit Trall, der rückzieht durch das Wellenbaums in Hial. Ah, ja. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Was ist denn das da unten hier? Ach so, das war ein Heldenruh. Ja, aber schöne Lichterkette haben sie geschmeckt hier, ne? Schönes Lichterkette. Was ist denn das hier? Ach, das ist wahrscheinlich nicht Irgend so ein Portal. Schamanenlehrer. Ach so, das war das mit dem Hinterhauchfest. Genau. Ja, gute Leute. Also, viel hier ist nicht viel mehr mit dem Hinterhauchfest. Ich dachte, das war früher mal mehr. Kann ich mich jetzt aber auch durchen, ne? Glaub ich mal. Ich guck mal hier raus schnell, aber ich glaub dann, wenn jetzt hier hinten das auch bloß war, dann ist da nicht mehr, ne? Da ist nicht mehr. Was ist denn das von der Hütte hier? Die Hütte ist aber neu. Ach cool. Ach fein. Na, die Hütte sind zwar anders gestanden, dachte ich. Ach, im Weihnachtsbaum haben sie auch schön vor der Tür. Hoppen. Äh, hoppen. Nö, mir ist das gar nicht mit dem Hinterhauchfest. Schade. Und hier hinten auch nicht mehr, oder was? Das ist ja ärgerlich, Mensch. Da ist ja beim Brauefest mehr los hier. Die trainieren hier fleißig. Na ja, gut, okay. Dann lassen wir sie trainieren. Mit der Penrunde, okay. Na ja, gut, dann ist das halt das alles gewesen, ne? Kann man halt nicht ändern. Okay, dann. Rolltrio. Man sieht sich wieder bei Gelegenheit, ne? Also denn. Ich geh hier mal rein, gar ein Stückchen. Also dennne Antenne, bis dahinne. Hui. Jipp. Tschö. Jipp. Jipp.